Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Wir haben letzte Folge unsere Platine angepasst und ich habe auch noch drei Fertigkeitspunkte zum Ausgeben. Alle mitgeführten Waffen wieder nach. Lädt wieder nach. Ja, aber lädt meine Waffe nach jedem Treffer dann nach? Das ist ja auch blöd. Verdoppelt deinen kritischen Schaden. Wir machen das. Und dann machen wir hier. Dann markiert es jeden Feind direkt. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ich weiß es nicht. Okay. Der hat gesessen. Hier. Wir haben nur... Warte, wir hatten... Wo wir hier angekommen sind auf dem Revier, hat doch ein Kollege zu uns gesagt, hey... Ach, es ist tatsächlich Pigels unten. Steht ja schon da. Warte, wie komme ich nochmal zu den Zellen? Ich wollte nämlich gerade sagen, es hat doch ein Kollege von uns gesagt, es will noch jemand mit uns reden. Und jetzt steht ja oben schon, wer das ist. Voll gespoilert. Steht das beim letzten Mal auch da, wo ich dann so überrascht war, dass Pigels hier unten ist? Jesus Antonauski nicht hier. Jesus Antonauski nicht hier. Wendel. 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 So, wie wäre es mal wieder mit einer Schießübung? Andererseits... Wir hatten letztens irgendwas über 270 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das noch zu schlagen ist. Ja. Ich will ja nicht jetzt schlechter abschließen als beim nächsten Mal. Äh, letzten Mal. Gut. Wir gehen nach oben. Ist hier was los? Können wir hier noch was tun? Können wir noch was helfen? Hier ist auch nie was zum Lesen oder so. Ist hier unten irgendwas los? Ah, was gibt's Neues? Hm. Nicht viel. Okay. Wir hätten eigentlich mal drauf achten müssen, ob hier immer das gleiche... Achso. Na gut, hier haben unten eine Nummer. Ob hier immer das gleiche Auto aufgebockt ist. Ob das nie fertig wird. Nicht repariert. Und... Oh, was schenken? Oh, was schenken? Stimmt, der wurde ja angeschossen. Ich komme nicht vergessen. Aber wie ich sehe, kannst du doch beide Arme benutzen. Okay, wir gehen jetzt gleich zu Reed's rüber. Hier waren wir ja schon gucken, ne? Okay. Und da? Und da? Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces. But we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington. And let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she... Is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? This process takes time. Like most things that are worthwhile. I will meet Becker. But there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Have it to Louis. Officer Washington. Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Okay, also, wir haben jetzt noch drei Verdächtige. Wir haben Washington als verdächtigen Spitzel. Wir haben Becker als verdächtigen Spitzel. Und wir haben unsere Psychologin als verdächtigen Spitzel. Becker ist zu offensichtlich. Washington traue ich's aber nicht zu. Äh, ich tendiere tatsächlich gerade dazu, dass unsere Psychologin eventuell ein Spitzel ist. Ich meine, ich soll ihr viele Sachen offenbaren. So. Also... Weiß jetzt nicht. Jetzt bin ich verunsichert. Wer genau redet hier gerade? Ähm... Ich bin mir jetzt unsicher, ob wir ihr noch vertrauen können. Nachdem sie jetzt in den Topf geworfen wurde. Der möglichen Spitzel. Äh... Schwierig jetzt, oder? Weiß nicht. Ich... Okay. Wir... Verlassen das Revier. Und ich... Ich denke, wir fahren zu Luis, oder? Ich meine, wenn... Robocop schon sagt, er möchte vorher noch woanders hin. Ich wüsste nicht wohin. Ich wüsste nicht wohin. Ins... Ins Staatsgefängnis. Beziehungsweise ins... Das Gefängnis um Antonowski zu besuchen. Das glaube ich ja fast nicht. Wir fahren jetzt bestimmt zu Luis. Weil sie hat uns ja letztens schon... Geholfen, obwohl sie nichts gemacht hat. Und vielleicht hilft sie uns jetzt auch nochmal. Das war's. Ich habe schon heute wieder zu mir. Der Halt traur. Die Leia. Das war's. Der Halt. Es war's. Der Halt. Der Halt. Die Leia. So, ich denke nicht, dass hier irgendwas liegt, was wir uns jetzt hier mitnehmen können. Ich glaube, im Krankenhaus gab es letztens schon nichts. Könnte auch maximal Heilung liegen, aber die brauche ich, glaube ich, gerade... Oh, hier liegt was zum Lesen. Gut, dass wir uns immer umgucken. Brand neue Gesundheitsfürsorge. Sie können sich Ihre Behandlung nicht leisten. OCP kann helfen. Wenn Sie eine Immobilie besitzen, die OCP gespendet werden kann, können wir Ihnen eine Krankenversicherung anbieten, die all Ihre Behandlungskosten... Sternchen. Änderung der Liste der abgedeckten Behandlungen vorbehalten. Abdeckt. Nutzen Sie diesen Vorteil heute und machen Sie sich keine Sorgen um die Zukunft, denn es gibt nichts wertvolleres als Gesundheit. Ja klar, ich verkaufe halt einfach mein Haus, damit ich medizinisch verhandelt... Behandelt werden kann. Klar, ganz normale Praxis. So, hier hatten wir doch letztens auch einen Glitch. Äh, im Fahrstuhl, oder? Nichts zu lesen... Diese Welt ist so verrückt. Ich glaube echt, das ist halt nicht mal komplett ausgedacht alles. Das passiert wahrscheinlich wirklich in Ländern. In vielen Ländern. Das will man sich nicht vorstellen. Aber werden wir mal nicht zu politisch hier, oder? Ja mal klar, Sie sehen uns... Sie waiting for you, Murphy. Sie fahren? Es ist wahr. Es gibt alles in der Macht, um die Polizei zu halten. Komm schon, es ist Zeit, um zu feiern. Luis fühlt sich besser, Wendel ist in der Jäu. Los geht's! Wenn du nicht ein Strik ist, ist... Du kennst du was? Lass mich diese Grouchen aus hier raus, damit du auch kannst du reden. Okay, okay, ich gehe. Ich fühle mich besser, Luis. Du ersuchst gut. Ich muss sagen, ich schlafe besser, um zu wissen, dass du den Basterd hast. Aber was über dich? Wie hast du heute noch? Hast du noch mehr von diesen Visions? Komm, wir sind ehrlich. Ich sehe was immer noch so. Du weißt, seit Antonowsky vorbeigem kam, hat sie sich aufhören, dass dies mehr anfangen wird. Und mit viel stärker Intensität. Ich glaube nicht, dass ich dich in so einem Zustand gesehen habe. Ich weiß nur, wie es mich beeinflusst hat. So ich kann nicht vorstellen, wie es dich beeinflusst hat. Der Fakt, dass er der Bruder von einer dieser Leute, die dich verletzt hat. Wir sollten nicht die Vergangenheit uns verletzen. Vielmehr gesagt als getan. Sein Präsent erinnert mich an den Tag, dass ich dich verletzt habe. Ich denke, dass vielleicht, wenn wir nicht das Tag verletzt haben, Dinge würde sich anders verletzten. Nein. Wir können uns nicht die Verletzungen auszüben. Das macht mich nicht mehr schuldig. Ich verstehe, dass wenn Wendel eigentlich der Bruder von einem Ihren Verletzungen ist, dann warum er jetzt rauskommt? Nach all dieser Zeit? Und warum er nicht dich verletzt hat, wenn er eine Chance hat? Das ist das, was ich will, zu erfahren. Genau. Ist es wahr, dass er mit jemanden von OCP arbeitet? Das ist das, was er sagt. Verdammt, Becker. Wir sollten ihn einfach schon wieder holen. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob du hörst, aber der alte Mann kam in diesem Krankenhaus nach dem Herz. Ich bin nicht sicher, ob er in einem Staat zu sprechen. Aber es wird wahrscheinlich nicht schwer, ob er weiß, was er. Anyway, ich glaube, ich brauche ein bisschen resten, nach all dieser Entschuldigung. Danke für mich zu besuchen. Wir werden wieder zusammenarbeiten, in kein Zeitpunkt. Ich freue mich. Ich freue mich. Hey. Ähm. Sie geht halt sofort von Becker aus. Aber sie kennt Washington und meine Psychologin ja nicht. Das heißt, sie kann nur Becker unter Verdacht stellen aktuell. Aber das ist zu offensichtlich. Ich glaube nicht daran, dass das Rätsellösung so offensichtlich ist. Aber vielleicht ist genau das der Trick an diesem Spiel, dass es hier tatsächlich so ist, das Offensichtliche. Oh. Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. You're the only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah. About you being granted human rights. He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. I surfed this town with every drop of my sweat. Vielleicht sollten wir auch den alten Mann verdächtigen. Ich weiß es nicht. We did not see Delta City rise. Er sieht auch schon Dinge. Ach schade, ich dachte, ich kann mich auf die Waage stellen. Jetzt hätte ich ein lustiges Detail gefunden. Ich bin ganz nah an meinen letzten Tagen. Und ich kann einfach nicht das Uncertainty halten. Aber du kamst von der anderen Seite zurück. Sag mir, wie war es? War es unbezüglich? Es war wie ein langer Nachmittag. Ein newer Mann. Ich hoffe, das wäre der Fall. Ich glaube, dass... Death ist nicht der Ende. Du... ... bist ein proof von dem. Unfortunately... ... ich habe nicht all das, was ich versuchte. Alle saboteurs in OCP... ... werde ich nicht. Das Weasel ist nicht nur für dich, sondern auch für meine Firma. Das Weasel ist nicht immer für dich. Das ist das eine große Gegend. Das ist alles nicht. Dieses Mal gehört. Kann das schief gehen? Frag für einen Freund. Kann diese oberste Option schief gehen? Ich mach das unten. Ich bin nicht qualifiziert. Sicher ist sicher. Ja, gib ihm mal bitte Schmerzmittel. Danke. Das ist so... Ich hab doch nur gesagt, ich bin nicht qualifiziert dafür, ihm Medikamente zu verabreichen. Ich hätte ja auch jetzt jemanden holen können, aber er versteht das direkt als Du willst mir nicht helfen. Warum sind die in dem Spiel so... übertrieben? Warum der langen Gesicht, Robo? Sie werden ihn voll von OCP-Cocktails und am Montagmorgen kommt er zurück, zu verabschieden, wenn nichts passiert. Okay. Ach, guckt. Hier ist übrigens wieder September. Vor allem... Wir haben entweder August oder September. Wir wissen es ja immer noch nicht. Warum war eigentlich Pickles, als wir ihn gerade in der Stadt getroffen haben, wo er erzählt hat von seinem neuen Mantel? Warum hat er gefroren? Ich meine, selbst im September brauche ich jetzt abends noch keinen Wintermantel. Das ist ein bisschen seltsam. Ich meine, ja, es regnet immer. Immer einfach. Aber so kalt ist es doch nun auch nicht im September. Ich werde mich nicht auf Kusaks Seite stellen, nur weil ich ihm jetzt vielleicht helfe. ich mache das nur wo es ist optional zählen optionale sachen in unsere bewertung mit ein ich gehe einfach ich möchte nicht noch mehr mit politik zu tun haben ich 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 Er legt Heilung. Er legt Heilung. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Stop, 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 stop. Ganz schlecht von allen Seiten. Stop, stop, stop. Abide my jurisdiction. Einfach ohne Kopf, machen die weiter? Und da! Aber das werden doch nicht alle gewesen sein. Wo ist er hin? Da war doch noch einer auf dem Radar. Das war doch nicht. Das war nur ein Warm-Up. Robocop, ich habe etwas. Ein UED-Headless-UED wird beginnen mit anderen Droiden. Es ist ein Bug, das Ende der Präsentation in front of der OCP Board. Ich schaue die Fotos jetzt. Wir schauen uns, ob sie es geschafft haben. Oh, dass ich es geschafft habe. Oh, das ist ein Wichtiges. Ich bin der Mann, der sich in die Real-Ute macht. Ich wusste den Mann, der dich macht. Bob Morton, stimmt? An arrogant, brown-noser. Ich war froh, dass er tot war. Ich war ein Schmerz. Ich war ein Schmerz. Ich war ein Schmerz. Ich bin der Schmerz. Oh, das ist ein Schmerz. Sorry, come on! Kann ich ihn überhaupt treffen, da hinten? Okay, einer ist, du noch? He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement future. You are done with the partner, but you're bad with your behavior. What the f- Sollte das so? Oder? Or else pulls you from? The f- Sof- Sof- This is how you will see. Sof- 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Peace. Oh no! Ich finde, langsam ist auch mal genug. Ich habe mich schon wieder hier vor. 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 Ich habe mich schon wieder 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 vor. Folge bald beenden? Oh come on! Oh come on! Ich muss halt eigentlich hier langsamer weg und mir ein bisschen Heilung geworben. Das ist mein größtes Problem gerade. Das ist mein größtes Problem. 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 Das ist mein größtes Problem.